Ja und Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Minigames, diesmal wieder Hide and Seek und ich brauche erst mal einen freien Server. Hab ich gut vorgeplant, ich gebe mal auf den hier. Äh, Vote, nehmen wir mal das sechste. Muss hier so oder so erstmal warten. Da sind noch nicht genug Leute drauf. Ja, jetzt. Ja, genau, Voten wieder alle für die Map Lotus. Ey, ich leck schon wieder. Also, wisst ihr, ich bugge schon wieder. Leggen tut so oder so ein bisschen, aber ich bugge hier halt rum. Ja, okay, ja, ist gut, ich lass es, ich lass es. Hey, nur noch. 51. Sekunden. Kann er gleich losgehen. Wer ist hier wohl so alles? Ah, ein Bananenmann ist er also. Hm, kann die, noch nie gesehen, hatte. Glaube ich. Space. Was wollte ich schon wieder mit Space? Ihr voll abgespaced. You will be a bacon block. Hey, ich werde ein Schinken block. Ach, jetzt war bacon. So, ähm. Es geht schon los. Da steht ein Biegen. Dann steht also auch hier ein Biegen. Moment. Da, wo das Versteck eigentlich total scheiße ist. Aber egal. Das ist Schmier. Das ist Schmierwurst. Vielleicht läuft es eh wieder in der einen Runde, wo ich gespielt habe. Ich glaube, die habe ich nicht aufgenommen. Ich habe mich auf dem Baum drauf versteckt. Irgendwann wollte ich doch holen, dann bin ich einfach die restlichen 40 Sekunden hier komplett rumgerannt. Keiner hat mich gekillt und ich war der Letzte, der übrig geblieben ist oder irgendwie so. Leute, es ist versteckt. Ich glaube, der macht den Abgang. Oh, dort hat er Abgang gemacht. Das ging aber schnell. Was für Triker. Oh, heißt wahrscheinlich irgendjemand Triker. Ja. Little Hose. Also, mich will er noch nicht bewegen. Wollte ich schon gerade schon was machen. Hä? Was machen die eigentlich? Hey, ich kann angreifen. Pass auf, dass du mich bloß nicht angreifst. Greifst. Ist einer immer dran gucken, wann nix findet, was sich bewegt. Gibst einfach auf jetzt. Es hat keinen Zweck. Was? Aus so einer Entfernung, Alter. Genau. Gut, wie man sehe, kann ich auch sehen, wer noch versteckt ist. Oh, es kehrt noch ein. Ah. Hat einer einen Abgang gemacht. Geht er biegen da hin? Ich glaube, ja. Oh, es ist aber hinten irgendwas davon hingehört. Oh, Kohleblock wäre aber gut getarnt, muss ich sagen. Allerdings scheinen es die meisten noch nicht so. Die meisten haben so geschaut. Wie zum Beispiel der da? Hä? Ja, genau. Leck. Alter. Ah, hier ist er tot. Okay, ist noch zwei Beacons, drei Holzwecke. Obsidian. Ja, genau. Obsidian. Das ist ja auch unfindbar hier, Obsidian. Hier ist was. Eine Jukebox. Hätten wir die schon mal weg. Ein Beacon, zwei Holzdinger und Obsidian. Okay, hier ist nichts. Zwei Holzdinger vor allem auch. Okay, hier war nichts. Schade eigentlich. Holz, Beacon. Ah, da ist einer. Ah, da ist tot. Der hat wohl eine Abbrände gemacht. Äh, nichts. So, ein bisschen helfen, meinen Freunden hier. Was finden. Das ist doch schon wieder Holz. Das Holz ist genau angegessen. Ja, das war heller das Holz, Alter. Ein Holz fehlt noch. Mist, das finden wir nicht mehr. Schade eigentlich, aber ich glaube, ich hänge da jetzt noch eine Runde dran, weil die nämlich zu kurz war. Oh. Der ist gerade ziemlich warm. Das passt mir mal so gar nicht. Ah, da sind schon einige drin. Vote 1. Meine Meinung nach der Kunde tun. Was hier gewählt werden soll. Was hier gesehen werden soll in meinem Video. Nach der Bananen-Menschen wieder. Ich glaube, ich habe auch irgendwie viel schon aufgenommen. Acht Minuten. Na, sieh an. Ich sage, er ist zu wenig. Kenne ich hier irgendjemanden. Ah, der eine war vorhin schon dabei. Der da. Der da vor allem auch. Der war auch schon dabei vorhin. Und der Rest glaube ich nicht. Doch, der auch schon. Der auch. Hö, die waren ja alle für Shipyard. Was war das für eine Map? Shipyard. Äh, ach, ich weiß, welche das war. Versteck mich als... Oh, Mensch. Äh, keine Ahnung. Ich habe die Map zu selten gespielt. Ich weiß nicht, wo es da geile Verstecke gibt. Ein Quatsch. Oh. Ja, die findet man ja auch einfach. Ein bisschen, bisschen schlecht so. Und da hinten geht es raus. So Ausgang vorbeilaufen. Stimmt, da hinten kann man drauf. Mist. Gut, ich weiß, wohin ich verteidigen muss. Hihihi. Die ganzen Workbanges hier oben alle anhäufen. Oh, da sterben schon die Ersten, die sich nicht gut genug versteckt haben. Oder, ne, die sich gar nicht versteckt haben eigentlich. Ja, lauf andersrum. Kann ich auf mein... Holz... Äh, ja. Auf mein... Doch auf mein Holzschwert warten. Hahahaha. So schlecht einfach nur. Wir nehmen sie ein Neter-Quarz-Ohr. Und dann wundert er sich, wo mal gekillt wird. Ach, Seeker has been killed. Kämpfen die da jetzt alle drin, die ganzen Heide, oder was? Ich will mein Schwert jetzt haben. Hä, die ist echt? Tatsächlich. Siegertropiz da. Was für Piz da. Noch 18er Dwarvenkiller. Okay. Zwergenkiller, oder wie? Da kann ich aber schlecht englisch. Gut, ich werde auf jeden Fall die Stellung hier verteidigen. So lange, bis die Heider gewinnen. Es sind nur noch 17 Heider. Und, mein ist die Verbindung abgebrochen. Das ist super. Das heißt, es gibt direkt noch eine Runde. Was soll ich sonst machen? Survival Games. Das sind ja... Wenn da Server frei sind. Sieht irgendwie nicht so aus, hier. In-game, 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 in-game. Entschuldigung. Nein. Ha. Hey, ich will einfach eine Runde Survival Games. Bitte nach. Wann dann. Vote. Für was vote ich denn? Gibt's das? Vote random? Nee, schade. Vote 3. Das ist nicht eine gewählte Option. Aha. Was ist das? Jetzt hab ich die Item-Tool-Tipps ausgemacht. Nein. Äh. Äh. Genau. Lohnt sich das noch, als irgendwas zu machen? Na, eigentlich nicht, aber... Machen wir nochmal Hight & Sieg. Die gehen schnell die Runden. Aber meine Verbindung ist auch irgendwie ziemlich schlecht gerade. Was ich zu bemängeln habe. Da, ja, drauf. Vote. Ähm. Ähm. Der Vote-Mert für 5. Ich... Ich glaube, ich vote alle für Space. So abgespacede Leute hier. Mir ist echt warm. Okay. Schon wieder. Sag ich mal lieber nichts dazu. Oh, cool. Lead, Leute. Es komme ich nicht mal auf Hive-Server drauf. Äh. Dings-Server. Na, die Folge wieder extra lang. So wie die allererste. Also, nicht verarschen. Ja, genau. Premium ist schon wieder. Ich will doch nur aufnehmen. Ich glaube, das ist auch voll. Nee. Vote 4. Direkt. Das lagt erstmal. Ja, genau. Das hat ja echt keinen Zweck mehr aufzunehmen. Und der nächste Premium. Ein Versuch starten wir noch. Damit ich Folge extra kurz... Also schneller oben ist es noch besser. Was freies finde, dann. Da oben? Nein. Zu langsam. Hä? Wie bin ich jetzt auf den Server gekommen? Der war doch voll. Hier, wir wollen mal vote 5. Obwohl es eine andere Map ist. Und da ist der Premium schon wieder. Woher hat es auch keinen Zweck, hier weiterzumachen. Er ist immer das gleiche in Survival Games auch. Ich verabschiede mich hier einfach. Das kann man ja eigentlich kaufen. Okay. My sword. That's great. Hier, guck mal was anderen Geschichten, die man eigentlich nicht braucht. Ja gut. Ähm. Ja, verabschiede mich mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.